Hier geht es darum, Zahlen zu ergänzen, damit du eine andere Zahl erhältst. 12 plus wie viel gleich 14? Flex sagt, 2 fehlen noch. Flo mal die Zahlen an. Richtig, 2 fehlen noch, damit du 14 erhältst. 11 plus wie viel gleich 14? 14. Male zunächst die 1er an. Wie viele brauchst du, damit du 14 erhältst? Hier hast du also 11, 12, 13, 14. Wie viele 1er sind es? 3. Hier hast du die Zahl 15. Wie viele 1er musst du dazu tun, damit du 17 erhältst? Zähle weiter und male an. 16, 17. Also 2. Hier hast du die Zahl 13. 13 plus wie viel gleich 18? Male an und zähle dabei. 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5. Hier hast du die Zahl 14. 14 plus wie viel gleich 18? Male an und zähle dabei. 15, 15, 16, 17, 18. Also 4. 16, 16 plus wie viel gleich 17? Hier hast du also schon 16, 17. Also kommt noch einer dazu. Hier hast du die Zahl 10. 10 plus wie viel gleich 18? Male an und zähle dabei. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wie viele 1er musst du dazu tun? 8.